Hallo Freunde, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr seht, wir sind ganz woanders, das hat folgenden Grund, weil ein Teamkollege von mir mitmachen wollte und wir haben uns dann entschlossen, zwar das gleiche Modpack zu spielen, aber neu anzufangen. Aber ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich jetzt wieder von vorne anfange, euch wieder alles zeige und wie war es wann. Wir spielen jetzt bis ungefähr auf den Stand, wo wir in der letzten Folge waren, das heißt Anfang ME-System, das mache ich jetzt alles mit ihm. Er ist jetzt leider gerade nicht da, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich nehme das schnell alleine auf, bei der nächsten ersten Folge dann nehmen wir gemeinsam auf, besser gesagt, ich nehme auf und ja, also wir sind hier in einer bergigen Landschaft, weil er wollte ziemlich in den Berg hineinbauen und das haben wir dann gleich genutzt und haben uns hier niedergelassen. Wir haben hier einen großen Baum, das wird so unser Zentralweg und sagen wir mal Liftsystem und so weiter. Werden wir uns aber noch alles anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob es morgen schon die erste Folge geben wird, weil, wie gesagt, ich möchte euch jetzt nicht wieder mit den ganzen Vorbereitungsblablabla bequatschen. Ich werde dann aufnehmen, sobald ich was Neues bringe. Das heißt, falls ich das ME-System noch nicht fertig habe, könnte es, weil, muss ich erst schauen, weil ich werde vielleicht als nächstes die Quarry bauen. Und da seid ihr natürlich wieder dabei und ja, ich denke mal, das wird sicher spannender, als wie nur mir dauernd beim Quatschen zuzuhören. Er ist jetzt nicht der Minecraft Pro, aber er kennt sich gut aus und ich freue mich, dass ich mit ihm spielen kann. Vielleicht kommt dann noch einer dazu, das weiß ich aber noch nicht, da muss ich ja mal anfragen. Und ja, also bis jetzt ist es, also, ich verhastle mich so, weil ich so aufgeregt bin. Es ist jetzt mal ein Let's Play Together. So wird es auch jetzt die nächste Zeit lang sein, bis halt sich was ändern sollte. Und ja, wie gesagt, wir haben noch nicht viel, wir haben zwar schon eine Schmiede, also die Basics haben wir schon. Es ist auch nichts hergeholt, wir haben alles neu gecraftet, neu hergestellt, hundertmal gestorben. Und ja, ich bin auch nicht im Creative, ich bin in der Fledermaus und ja, wir haben schon unsere ersten Kühe. Und, puh, was kann ich euch noch kracht zeigen? Ja, hier wird es so, wie das ungefähr dann ausschauen. Hier werden die Tunnel gehen, da wahrscheinlich in die Richtung wird keiner gehen, weil es einfach hier nichts gibt. Einer wird noch in diesen Berg hineinführen und dann wird das hier alles so aufgebaut. Hier haben wir schon den Weg nach unten. Hier wird es dann Aufzüge geben, bis ganz nach oben. Das heißt, das wird so eine Mischung aus Baumhaus, Höhle, draußen, alles Mögliche. Wird cool, ich habe schon coole Ideen dafür. Und ja, wir werden das Ganze jetzt dabei nochmal ausbauen, alles herrichten. Und wenn es passt, dann kommt morgen die erste Folge von Minecraft Let's Play Together. Dass ihr wisst, wer mitspielt, das ist Maske. Und falls ihr es wissen wollt, das ist mein Bruder. Und ja, dann werden wir das gemeinsam starten. Und hoffentlich wird das für euch amüsant. Aber ich denke schon, wir zwei sind ziemlich blöd, will ich mal so sagen. Aber ich denke, das wird schon passen. Ja, gut, meine Freunde. Dann sehen wir uns. Ich hoffe, ich tue mein Bestes, dass ich das morgen hinbekomme. Ich möchte es auch unbedingt hinbekommen. Und mit diesen Halbversprechen verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen zum vierten Mal jetzt schon. Gut, dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao.